Ja, wir haben uns eigentlich vor längerer Zeit schon damit beschäftigt, systemische Strategiearbeit mal neu zu denken oder Strategiearbeit zu denken aus einer systemischen Perspektive. Und das hat einerseits damit zu tun, dass das Thema Strategie in unseren Weiterbildungskurrikula mehr und mehr Aufmerksamkeit bekommt, wenn es um die Entwicklung menschlicher Systeme geht. Also Entwicklung von Organisationen als Entwicklung menschlicher Systeme, das ist so unsere Definition. Und damit ist irgendwie klar, dass Organisationsentwicklung und damit auch Strategieentwicklung in den Alltag einkehren muss, im Alltag stattfinden muss. Und das ist dann einfach ein Thema für viele unserer Teilnehmenden, wenn es um Gestaltung von lebens- und leistungsfähigen Organisationen geht, wo einfach der Mensch ein ganz wesentlicher Faktor ist. Wir hatten jetzt diese Woche gerade unseren neuen Executive Circle, wo wir bestimmte Personengruppen ansprechen mit viel Verantwortung. Und da war auch noch mal so deutlich geworden, dass das Thema Strategie einfach noch mal anders gedacht werden kann. Und aus all diesen Punkten haben wir dann vor ein paar Jahren begonnen, damit neu uns zu beschäftigen. Das andere ist, dass auch die Lehrtrainer und die Berater, Beraterinnen aus unserem Netzwerk einfach viel mehr an dem Strategiethema arbeiten oder zum Strategiethema angefragt werden. Und damit zeigt sich, dass Strategieentwicklungsstrategieberatung nicht nur mehr ein Thema für die großen Strategieberatungshäuser ist, sondern auch für unsere Profession. Und ich habe jetzt noch ein paar Minuten, um euch eine Sache zu zeigen, die auch in einem Buch veröffentlicht werden wird in den nächsten Monaten, Wochen, Monaten, an dem wir gerade schreiben, zum Systemischen Strategiearbeit. Das wird jetzt sicher kein vollständiges Bild werden, aber ein Spot, eine Perspektive auf das, wie wir systemische Strategiearbeit denken. Das ist ein Modell, was wir gerne verwenden, um noch mal aus einer höheren Flughöhe auf das Thema Strategie zu schauen. Und ihr seht oben schon so drei ganz wesentliche Begriffe. Das ist einmal Beteiligung, das ist Enabling und das ist Regie. Und da möchte ich euch einfach so ein paar Impulse mitgeben, die wir sicher an dem Tag heute auch mehrfach wieder aufgreifen werden, auch gerade in der Keynote von Volker Königer, der mit Andrea Mikoleit, die euch begrüßt heute Morgen, zusammen mit mir an dem Buch geschrieben hat. Also es ist auch da ein Gemeinschaftswerk aus dem ISB-Tunskreis mit den beiden und der Irmaja Holinka, die heute leider nicht hier sein kann. Ja, wo wir viele unserer systemischen Ideen auf so eine Strategieebene mal gehoben haben. Und ihr seht hier verschiedene Teile. Die blauen Teile sind ganz bewusst so angelegt, dass wir sagen, das sind eigentlich die Teile, die getragen sind von der Organisation, von den Organisationsinternen. Das ist ein ganz wichtiges Statement, was wir da machen, dass wir sagen, Strategieentwicklung muss in der Organisation liegen. Und es gibt natürlich Unterstützung. Es gibt zusätzliche Regie. Das sind die roten Teile, auf die ich gleich eingehen werde, wo wir natürlich auch als Berater, auch als Organisationsinterne Organisationsentwickler und Change-Begleiter diesen Prozess unterstützen können. Das eine, was ihr links seht, ist das Thema Verantwortung. Verantwortung, Verantwortungskultur ist ja ein ganz zentrales Thema im ISB. Und das würden wir, tun wir auch bei dem Thema Strategie ganz oben ansetzen, indem wir eben fragen, wer Strategie Verantwortung trägt. Also wer verantwortlich ist, die strategischen Fragen zu beantworten, wer den Prozess steuert, wer für ein Zukunftsbild etwas in die Hand nimmt, dass es entsteht. Und am Ende, und das ist, glaube ich, mit der wichtigste Punkt, vor allem Verantwortung dafür trägt, dass die Strategie im Alltag verankert wird, in den Alltag integriert wird. Es ist aus einer systemischen Perspektive deshalb kein sehr seltener, sehr solitär stehender, mit großem Aufwand betriebener Prozess der Neuausrichtung und Neugestaltung, sondern es ist vielmehr eigentlich ein dauerhaft laufender Prozess. Also natürlich sind Experten eingebunden, aber es ist eigentlich ein Prozess, es sollte ein Prozess sein, der dauerhaft in der Organisation und nicht immer wieder mit großem Aufwand sehr solitär stattfinden betrieben wird. Und damit ist so diese, ihr seht schon so die Iterationslogik, die da drinsteckt in diesem Modell, auf der rechten Seite das Thema Strategiekompetenz. Also wenn wir sagen, es ist ein dauerhaft laufender Prozess, dann gehen wir einfach davon aus, dass es ein iterativer Prozess ist im laufenden Alltag, an dem auch Menschen beteiligt werden können, Mitarbeitende, Teams mit Strategiekompetenz. Strategiewissen, Strategiekompetenz gibt es an ganz, ganz vielen Stellen, überall in der Organisation, eigentlich auf allen Hierarchie-Ebenen, in Teams natürlich immer wieder Manifest. Und aus einer systemischen Perspektive kann es nur sinnvoll sein, diese Strategiekompetenz dort, wo sie vorliegt und die Strategiekompetenten in der Organisation zu identifizieren und zu nutzen im Sinne der Einbindung in Formate für Strategiearbeit. Wir nennen diese Menschen Strategieakteure, also Mitarbeitende, die nennen wir Strategieakteure und dazu werden wir später auch in der Keynote von Volga noch was hören. Was dann dazu kommt, sind diese beiden roten Elemente. Einmal oben Strategie-Enabling als Lernprozess, Lernprozessbefähigung als ein ganz zentrales Element systemischen Arbeitens. Und damit, also wenn man so dran geht, ist es auch ein intensiver Lern- und Befähigungsprozess der Mitarbeitenden und der Organisation, wenn man so sich mit Strategiearbeit befasst. Also die Menschen, die Mitarbeiter, die Mitarbeitenden müssen in die Lage versetzt werden, eigentlich ermächtigt werden, Strategiearbeit zu tun. Also die Frage zu beantworten, wo können sie sich wie einbringen. Und systemisches Arbeiten in unserem Verständnis besteht eigentlich immer darin, die Kompetenz, den Reifegrad und auch die Steuerungsfähigkeit unseres Kundensystems zu erhöhen. Und das eben durch unsere Arbeit als Beratende oder auch als Organisationsinterne. Und das gilt für Strategiearbeit genauso, dass wir, wenn wir als Beratende hier mit unterstützen, dass wir dann versuchen, die interne Kompetenz zu erhöhen und die Steuerungsfähigkeit des Kundensystems zu erhöhen. Jetzt kann man sich fragen, wie kann das gelingen? Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Wie kann das gelingen? Es kann dadurch gelingen, dass wir als Berater, wir auch als Organisationsinterne in Regie und Prozesssteuerung denken und handeln. Also wer arbeitet wann und wo, wie, zusammen mit wem an diesen strategischen Fragen. Das ist jetzt dieser untere rote Pfeil. Das bezeichnen wir gerne mit Regie, wie wir es vorhin auch schon kurz in der Anmoderation gehört haben. Also eine Prozesssteuerung, die dann eigentlich führt in bestimmte didaktische Formate. Und als Berater sind wir dann eigentlich auch da wieder gefordert, diese Regie, die wir auch mit einbringen können als unterstützende Systeme, nach und nach in die Organisationen und an die Organisationsinternen zu übergeben. Und uns dann selbst zurückzuziehen, wenn die Regie, die Prozess- und auch die Dialogkompetenz der Organisation so entwickelt ist, dass die Strategiearbeit in den Händen der Organisation vollzogen werden kann. Auch wenn wir als Strategieexperten oder auch andere inhaltliche Strategieexperten nicht mehr da sind. Das spielt dann an der Stelle eben zusammen mit diesem Befähigungsteil, mit diesem Enablingteil, den ich angesprochen habe. Das will jetzt auch gar nicht heißen, dass man keine inhaltlichen Strategieexperten einbinden kann oder soll. Also Datenanalysten, Benchmarking-Spezialisten, die die große, vielleicht auch Studien oder Zukunftsszenarien entwickeln zu bestimmten Branchen. Das will damit alles nicht in Abrede gestellt werden. Diese Experten können und müssen mit eingebunden werden, aber eben in einen inhaltlich gestalteten, didaktisch gestalteten Regieprozess, in dem klar wird, wie auch die Organisationsinternen an diesem Strategieprozess mitwirken können. Und das zeigt einfach nochmal, das ist glaube ich unser Statement, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, dass der wesentliche Teil von Strategiearbeit durch Organisationsinterne geleistet werden muss. Wir als Berater, auch wir als systemische Berater können in teilweise geführter Regie da unterstützen und dann ist es aber immer wieder der zentrale Punkt, dass es in der Organisation verantwortet werden muss. Also das zeigt nochmal diese Iterationslogik, die da drinsteckt. Jetzt habt ihr gesehen, im Zentrum steht mein letzter Punkt, nämlich systemische Strategiearbeit. Wir sprechen im Kern von Strategiearbeit und markieren damit auch nochmal die Auflösung von dieser Teilung zwischen Strategieentwicklung und Strategieumsetzung oder Implementierung oder Exekution. Wir denken da beides von Beginn an eher zusammen und merken ja immer wieder, dass genau dieser Umsetzungsteil, also diese Trennung zwischen Entwicklung und Umsetzung oder danach muss es irgendwie in die Organisation hineingetragen werden, so viel Umsetzungsabrieb verursacht oder mit sich bringt, wodurch Strategie dann eben nicht im Alltag der Mitarbeitenden, der Organisation und am Ende auch der Kunden ankommt. Und insofern sind wir zu diesem Strategiearbeitsbegriff gekommen, was auch mitbringt, dass da Arbeit drinsteckt. Also da wird auch nochmal verdeutlicht, das ist Arbeit und es ist auch in hohem Maße, wenn man diese Punkte jetzt so ernst nimmt mit Befähigung, Kultur, Bildung zum Strategiearbeitsthema, Regie, dass es auch in hohem Maße Kulturarbeit ist eigentlich, wie wir Strategiearbeit verstehen. Ja, das waren meine Gedanken im Überblick, in der Einführung, vielleicht als Rahmung für den heutigen Tag, auf die wir immer wieder kommen können. Ich danke euch fürs Zuhören. Jetzt haben wir eine Frage von Lutz, gerne. Ja, ich habe eine ganz kurze Frage, auch ob ich das richtig verstanden habe. Insbesondere im Beratungsbusiness ist es ja häufig ein Vorteil, dass die Berater kommen und entsprechend was Tolles entwickeln und entsprechend dann vielleicht auch am Anfang mit dabei sind und dann sind sie wieder weg. Ja, und das ganze Schlamassel bleibt halt letztendlich am Unternehmen hängen. Zu diesem Modell, ich verstehe das schon richtig, dass insbesondere der Regiekompetenzanteil, der ja von externen hier vorgesehen ist, auch im Prinzip die komplette Umsetzung plus Erfolgskontrolle mit einschließt, oder? Ja, also das ist jetzt natürlich immer die Frage, was der Kontrakt ist, aber die Idee ist schon, dass die Regie auch von außen hineingetragen werden kann. Gerade wenn dieser Teil von Regiekompetenz, Prozessregie, wie es hier geschrieben steht, vielleicht in dem Moment auch entweder kapazitär oder von dem Reifegrad der Organisation noch nicht geleistet werden kann. Aber dann ist es eben immer wieder wichtig, also so gucken wir drauf, dass dieser Teil von Kompetenzerhöhung auch an der Stelle in der Organisation stattfindet. Und wir uns auch auf der anderen Seite eben nicht dauerhaft, und das ist ja die andere Seite von dem, was du beschreibst, als externe Berater, systemische Berater, Strategieberater in der Organisation aufhalten. Und sozusagen diesen Teil von, ja, die Organisation ist eigentlich immer auf die externen angewiesen, dass dieser Teil eben nicht stattfindet. Dass dieser Teil von Kompetenzerhöhung, das ist so eine ganz typische Denke, wie wir sie auch insgesamt auf systemisches Arbeiten richten, dass es eigentlich immer der Fall ist, oder die Idee ist, nicht nur dieses eine Thema jetzt zu lösen oder gut über die Bühne zu bringen, sondern dieses Thema, dieser ganz aktuell anstehende Fall, vielleicht dieser Strategieentwicklungsprozess, herzunehmen als Beispiel, dass an diesem Beispiel gleich die Kompetenz der Organisationsmitglieder der Organisation erhöht wird. Also immer sozusagen ein Lernen auf zwei Ebenen, einmal bezogen auf dieses Konkrete, aber dann auch anhand dieses Beispiel, das ist ja unser Slogan, Beispiele machen Schule, erreicht wird, dass sich damit auch die Organisation weiterentwickeln kann und diese Kompetenz dann nutzen kann für folgende Prozesse. Und da nicht wieder quasi die Organisationsberater, die externen, zwangsläufig eingebunden werden müssen. Es kann natürlich sein, aber diese Kompetenzerhöhung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Danke. Okay, vielen Dank euch fürs Zuhören und damit gebe ich wieder zurück an Caro. Ja, vielen Dank.